Bro Hau mal rein Ja Was ist mit dir Junge Ey Ich hab mein Auto eben Repariert Was ist mit euch Hallo Verdammte Puppets Ihr Wichser Alter Ihr seht Teute Polizisten Ich komm grad frisch Aus dem Nuss dort Juhlensöhne 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 Das ist so Juhlf Was mit euch Alter Ey, das war noch ein Service für die Waschmaschine.